adventskalender 20 22 türchen nummer 17 so sitzt aus türchen nummer 17 der luca holt und ich habe starte jetzt hier auf dem endermann ein druck und zwar für das teilchen das möchte ich richtig haben und deswegen ja so wir haben besser nur ein zweiter sind drei teile drin ihr seht und wir haben wieder den knoten des todes so was wieder schneller als die polizei auch hast du dein werkzeug schon rausgeholt hast du dein werkzeug schon rausgeholt hast du nicht oder ja ja so wir machen das mal hierhin ja jetzt holt das gerade raus so also wir machen weiter mit unserem fans ich liebe diesen traktor jetzt schon weil bis jetzt ist nicht ein teil kaputt gegangen wir mussten bis jetzt nichts nachbestellen und das ist echt easy cool so machen wir weiter mit der nummer 17 da darf ich das machen weil du hast schon falsch angefangen mein hasi aber ich glaube weil die mama die zugemacht hat und wenn mama die zu macht dann macht die die nicht kindgerecht zu und ja ich gehe trecker fahren das habe ich mir selbst gemocht beziehungsweise meine frau hat mir das schon mal locker langsam da sind kleine teile drin mein schatz so okay das muss ich machen ich und mama mein werkzeug oder und dann schauen wir mal ich nicht einmal zweimal so dann haben wir hier nochmal schön vorsichtig das war ja auch richtig ne ähm 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 genau du musst da genau genau so ich habe meine beiden teile ab du auch hast du dein teil auch ab ja sehr gut so dann schnappen wir uns mal den schlepper den holen wir mal hier rüber ihr seht wie weit wir ja sind schon es ist ja wirklich nicht mehr lange das ist der ganze wahnsinn so und jetzt muss man das hier dran machen und daran muss aber vor noch was nein das brauchen wir nicht nur mal hier diese beiden kleinen teile müssen jetzt daran dass mich einmal einmal kurz ich will nicht sind hier oben hin damit marcia lass mich erst liegen so und so also das teil da das teil da dann mach mal und der papa macht das dann am trecker dran ok setz dich mal richtig hin das kleine teilen die spitze nach unten das kleine und das machen was du mit deinen kleinen fingern und hat schon ein problemchen und papa doch machen ok am besten ist immer wenn man das in die hand nimmt was wollen wir wie soll das denn klingen das geht überhaupt nicht was denn das geht gar nicht dran das ist das ist ich kann es hin das ist easy ich habe meinen papa ja das machst du morgen und 20 das müssen wir auch noch was machen okay ich brauche hilfe wo ist jetzt nicht als ruhig sitzen bleiben das hält nicht das geht nährt äh heute bread so So. Und hier hat der Luca ein bisschen was stehen gelassen. Nein, schön dich. So, das machen wir mal. Ja, habt ihr denn auch gesehen? So. Also das hätte man aber auch echt... Hast du das Teil? Darf ich das haben? Okay. Siehst du wieder Gemassen? So. Nein. Boah. Also irgendwas... Irgendwie... Das geht hier nicht. Du ziehst wohlgemassen. Und Lümmel. So. Also den haben wir schon mal. Wie siehst du das? Ich kann mir das Video gleich angucken. Nein. So. Darf ich da mal drauf gucken, bitte? Das. Ich muss da hingucken. Weil wir müssen ja wissen, wo das hin muss, oder mein Schatz? Ja, äh, nein. Meinte ich. La-ta-ta. 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 Äh. So. Kannst du bitte noch einmal... Ja, wir sind aber noch nicht bei der neuen Zimmern, Schatz, oder? Da ist eine Achtzehn jetzt. Ey. Nein, nicht, 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 nicht bewegen. Papa hat's doch. Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ja, hilf ich, Peppi. Boah. Meinst du, dass ich wie Peppi rät, du Papnaß? Ja. Peppi. Kennt ihr Peppi? Ne? Dann müssen wir doch mal bei True Farming reingucken. Da gibt's einen Peppi. Ja. Aber das ist noch... ...und diese beiden Seiten. Das sind alles... Und der da richtig tut her. Die Petersen, der da hält der auch... Boah, ey, wie geht denn das da rein? La-ta-ta. Ich war wieder mit Peppi. Ne. Das... 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 Das riecht mich jetzt schon auf, ja. Das wieder der He. Das wieder ein... Das wieder ein Papi. Mach mal mal ein... Ey, 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 ey. Boah, kruzi fix noch mal. Ha, 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 ha. Da sollt ihr ja jetzt aber lachen. Das ist das Video, sind alle ins Abenteil, nach oben. So. Jetzt haben wir... Ich hab keine Red. Ich hol euch einen Bruch. Zama! 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 Fetz doch mal! Fetz doch mal! Hoi Kruzi! Fetz doch mal! Ja komm mal her! Ja bitte? Peppi? Nichts Peppi! Ne? Oh moi! Jetzt seh ich... Wie bitte? Oh nein! So, kannst du einmal bitte runter gehen? Weil ich kann das sonst... Ich seh das nicht! Dankeschön, mein Schatz! Ich bin hier... Ja, ich krieg das nicht dran, Hasi! Hey! Hey Peppi! Hey Peppi! Peppi! Jetzt fehlt mir den Zack! Peppi! Ja, noch ein ganz kleines, Luca! Und aufpassen! Ich komm mal bitte da zusammen! Ja! Ja, meinste? Ich komm mal bitte! Ja! Ich komm mal! 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 Toll! Jetzt bin ich dran! Ein ganz kleines grünes Teil! Und das da? Ne! Das kannst du aber mal aufhören mit Papa geben! Ich guck schon hier oben, ob ich es hier finde! Ich guck schon hier oben, ob ich es hier finde! Nein! Aber das ist ja runtergefallen, Luca! Das muss hier irgendwo liegen! Ist das hier? Nein! Ist das hier? Nein! Wo ist das? Ja, wenn es jetzt nicht ganz ist, dann müssen wir gleich mal gucken! Äh! Und wie ist das ein? Ja? Ja! Weil das wahrscheinlich darunter gefallen ist, Luca! Ja! Nimm mal weg! Das ist! Nee! Ja! Du musst mal gucken! Egal! Wir haben es jetzt dran! Erstmal! Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende! Und jetzt gibt es noch eine Sache! Und die erzählt euch der Luki! Abonnieren! Und dann wird die Tochter natürlich auch dein Video verpassen! So sieht es aus, meine Freunde! Ihr wisst, wie es geht! Von daher! Wir verabschieden uns für heute! Und sehen uns morgen! Euer Luca! Euer Deuter! Bis dahin! Tschüss! Tschüss!